Ich bin Cornelius Levenberg und ich spiele den Siegismund Sülsheimer. Genannt der schöne Siegismund. Der Siegismund ist so ein Kerl, der immer fröhlich ist und dem, man würde es so oft gut Deutsch sagen, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich glaube, der ist einfach immer gut drauf. Besonders die Wirkung meiner nackten Birne auf das weibliche Geschlecht ist geradezu Haarstreuen. Im Weißen Rösschen geht es um die Irrungen und Wirrungen und Wege der Liebe. Und auch um Verständigungsprobleme rein sprachlicher Natur. Und mit der Liebe ist das so ein Spiel, weil nämlich die Rösselwirtin, die Josefa Vogelhuber, den Leopold am Ende dann nach allerhand Problemchen zum Ehemann nimmt. Der Dr. Siedler findet seine Utilie und natürlich auch der Siegismund sein Klärchen. Oh, dass der Lande der Gott von mir so tut mir am Schiff hier weh, denn wir werden uns das, was wir wollen, im Weißen Rösschen am See, am Beut am See. Ach, der Herr Kaiser, wo ist denn der Kaiser? Ja, Herr Kaiser, heute Morgen war ich bei der Probe gewesen und schon den Auftritt vom Pass. Komm mal her, mein Lieber. Komm mal her, mein Lieber.